Balak über Trainer seiner Ex-Klubs, Duchel erzeugt Treibung Michael Balak war maßgeblich an der erfolgreichsten Zeit von Bayer Leverkusen Anfang der 2000er Jahre beteiligt. Anschließend gewann Capitano mit dem FC Bayern zahlreiche Titel. Im Sportbasar-Interview sprach Balak über seine beiden ehemaligen Vereine, die Trainer Thomas Duchel und Xabi Alonso sowie Rudi Ferrer. Michael Balak bestritt zwischen 1999 und 2006 insgesamt 186 Spiele für Bayer Leverkusen und Bayern München. Ein 46-Jähriger hat sich in dieser Zeit zu einem Topstar entwickelt und war bis zu seiner Verletzung vor der WM 2010 ein fester Bestandteil des DFB-Teams. Balak sprach mit Sportbasar über die aktuelle Lage der Nationalmannschaft und die Bedeutung von Xabi Alonso und Thomas Duchel für den Verein. Sportbasar, Herr Balak, bevor es an diesem Freitag zum Spiel zwischen ihrem Ex-Verein FC Bayern München und Bayer Leverkusen, 20.30 Uhr. Der Sohn, geht, möchte ich zunächst über den Mann der Woche, Rudi Völler, sprechen. Mit ihm als Teammanager haben wir 2002 den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft errungen und hauchen der Nationalmannschaft nun neues Leben ein. Wie macht ein Mann das? Michael Berg, weil er sympathisch und immer ehrlich ist. Unabhängig davon sprechen sein Lebenslauf, seine Erfahrung und sein Erfolg für sich. Multitalent In kurzer Zeit gelang es ihm, ein Gesamtpaket aller Anforderungen souverän zu präsentieren und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der 63-Jährige spielte gegen Frankreich und eroberte alle Herzen. Aber Rudi teilt demütig sein Lob und verbreitet es. Wird er wieder weicher werden und gegebenenfalls weitermachen? Rudi bleibt bei seinem Nein. Er lehnte dies sehr freundlich, aber dennoch bestimmt unverständlich ab. Es ist ihm egal. Wer sollte ihrer Meinung nach der Nachfolger des Nationaltrainers werden? Es stehen viele verschiedene Trainertypen zur Auswahl. Darunter Generationen wie Julian Nagelsmann und Louis van All. Das ist schwierig, daher vermeide ich konkreten Namen. Joachim Löw und Hansi Flick waren sich in ihrer Herangehensweise sehr ähnlich und sprachen fast die gleiche Sprache, aber das funktionierte nicht mehr. Generell ist die langfristige Planung für Nationalmannschaften heutzutage komplizierter, weil sie so stark vom Trainer und seiner Ausrichtung abhängt. Ich denke, der Aspekt der Perspektive muss an dieser Stelle untergeordnet werden, denn der Erfolg geht über alles.